Musik Jetzt geh schon auf! Aua! Jungs, ich beeil mich. Auch das noch. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Das dauert aber lange. Komisch. Jemand hat versucht, meinen Safe zu öffnen. Es ist Zeit, meinen super starken Magnet zu testen. Musik Und los geht's. Musik Gekko, was ist das? Was? Keine Ahnung. Wow! Ah! Schnell weg hier! Was ist denn jetzt los? Ah! 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 Jungs! Hilf mir! Eulett, halte durch! Der Safe gehört mir. Was für ein Fang. Willkommen in meiner Burg. Lass mich frei. Jetzt kannst du mir nicht wegfliegen. Hilfe! Damit niemand der Burg zu nahe kommt, baue ich das Abwehrsystem auf. Schau, der Müllwagen hat Spuren hinterlassen. Eilett muss hier irgendwo sein. Da ist sie. Ich habe Gäste. Eilett. Eilett. Leer. Das Tor geht zu. Eure Freundin ist meine Gefangene. Lass sie frei. Sofort. Abwehrsystem aktivieren. Ah. 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 Los Gekko. Ah. Aua. Autsch. Das ist lustig. Alles okay? Ja. Ich habe eine Idee. Komm mit. Romeo. Lass mich hier raus. Sei still. Hä? Was ist da los? Näher Gekko. Näher. Das wird nicht funktionieren. Ich stelle das Abwehrsystem auf volle Power ein. Lass die Stützen runter. Ich fahre den Kranarm aus und versuche das Abwehrsystem zu entfernen. Was soll das? Nein. Ha. Super Muskeln. Und. Pau. Oh nein. Nichts wie weg hier. Danke. Freunde. Ich habe den Safe gefunden. Sehr gut. Lasst uns den Safe zurück zur Bank bringen. Die Pyjama-Helden machen mir immer einen Strich durch die Rechnung. Arrrr. Arrrr.